Knusper, Knusper, Knäuschen, wir bauen unser Häuschen! In diesem Spiel werden wir zu Hexen, die ihr eigenes Lebkuchenhaus bauen, um damit Märchenwesen anzulocken. Zunächst sucht sich jeder Spieler eine von diesen doppelseitig bedruckten Tafeln aus und erhält eine erste Treppe, die ihr hier rechts unten anlegt. Vom gut gemischten Stapel mit den Märchenwesen werden vier Karten offen ausgelegt. Entgegen der Spielereihenfolge sucht sich nun jeder Spieler eine Karte aus. Auf jeder Karte sehen wir oben links, ob das Wesen übellaunig oder gut gelaunt ist, oben rechts, ob es ein Mensch oder eine Kreatur ist, hier in der Mitte sehen wir die Lebkuchen, die es gerne hätte, und unten links sehen wir die Punkte, die es am Spielende gibt, wenn wir das Wesen bis dahin an die Kette legen konnten. Doch zunächst wird es hier oben abgelegt, das ist die sogenannte Pforte. Jeder Spieler erhält 15 Plättchen, bildet daraus einen Stapel und legt drei offen aus. Ist ein Spieler am Zug, kann er so ein Plättchen einfach abwerfen und sich dafür zwei neue Treppen nehmen, schon wäre der nächste Spieler dran, doch das ist nur eine Notaktion. Normalerweise nutzen wir so ein Plättchen, um es in unser Hexenhaus einzubauen. So ein Doppelplättchen überdeckt dann immer zwei Felder, und diese überdeckten Felder lösen entsprechende Aktionen aus. Hier habe ich beispielsweise zwei Lebkuchen überdeckt, und die bekomme ich dann auch in meinen Vorrat, nämlich hier einen blauen und einen rosafarbenen. Danach überprüfe ich, ob ich ein oder mehrere Märchenwesen anlocken kann, doch mit meinen zwei Lebkuchen ist das noch nicht möglich. Auch ist noch keine Ebene gefüllt, sodass auch dieser Teil des Spielzuges noch nicht von Bedeutung ist. Der nächste Spieler ist dran und überdeckt zum einen einen gelben Lebkuchen, den er in seinen Vorrat nimmt, zum anderen das Käfig-Symbol. Dafür darf sich der Spieler ein neues Märchenwesen aus der Auslage oder vom Stapel nehmen und an seine Pforte anlegen. Platz ist hier immer nur für zwei Wesen gleichzeitig. So geht das Spiel nun reihum weiter, bis ich wieder am Zug bin. Ich überdecke erneut zwei Lebkuchen, diesmal in grün und in gelb, nehme mir die beiden Lebkuchen in meinen Vorrat, maximal zehn darf ich gleichzeitig im Vorrat haben, das sehen wir hier auf der Tafel, genau wie ich auch gleichzeitig nur vier Treppen besitzen darf. Nun kann bzw. soll mein Hexenhaus sogar auch in die Höhe wachsen. Dazu kann ich ein neues Plättchen in eine höhere Ebene legen, allerdings darf ein neues Plättchen nicht deckungsgleich auf genau ein anderes Plättchen gelegt werden. So müssen also auf jeden Fall zwei Plättchen als Unterbau für mein neu gelegtes Plättchen dienen. Überdecke ich mit meinem neuen Plättchen zwei identische Symbole, so erhalte ich einen Bonus. Hier habe ich zwei gelbe Lebkuchen überdeckt, die bekomme ich auch und dazu einen dritten hinzu. Nach dem Legen des Plättchens wird nun wieder geschaut, ob ich mindestens ein neues Märchenwesen dauerhaft zu mir holen kann. Hänsel und Gretel fordern acht beliebige Lebkuchen. Um mir am Spielende die acht Punkte dieser Karte zu sichern, zahle ich also nun die acht geforderten Lebkuchen. Die Karte kommt dann hier unten unter das Schloss mit der Eisenkette. Immer wenn ein neues Märchenwesen dauerhaft zu mir gelangt, erhalte ich dafür als Belohnung einen Joker. Den muss ich dann auch direkt verbauen und erhalte die entsprechende Aktion des Feldes, das ich überdecke, hier beispielsweise eine zusätzliche Treppe. Treppen kann ich vor dem Legen eines Plättchens nutzen, um Ebenen auszugleichen. Die Aktion des Plättchens, das ich durch die Treppe sehe, bleibt beim Überdecken erhalten, d.h. hier erhalte ich zwei neue Lebkuchen. Und mit meiner Lebkuchensammlung, die unter anderem aus vier Herzen besteht, kann ich nun auch den Goldesel zu mir holen. Dafür bekomme ich dann direkt wieder einen neuen Joker, den ich dann hier auf dieses Feld lege, um mir ein neues Märchenwesen zu reservieren. Das kommt dann erst einmal wieder an die Pforte. Nun habe ich noch weitere Lebkuchen übrig und die reichen genau, um auch diesen Ogre aus der offenliegenden Reihe dauerhaft zu mir zu holen. Wieder erhalte ich einen Joker, den ich auf einen anderen Joker lege. Somit habe ich bei einem Joker dann eine beliebige Aktion zur Verfügung. Ich kann also alle Aktionen, die möglich sind, ausführen, entscheide mich hier für einen weiteren Lebkuchen, den ich zu mir nehme. Den dritten möglichen Teil eines Spielzuges haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Das ändern wir jetzt, indem wir hier beispielsweise eine Treppe platzieren. Lege ich dann ein neues Plättchen darauf, erhalte ich zum einen einen grünen Lebkuchen, zum anderen darf ich einen Lebkuchen tauschen, das sagt der Pfeil. Den grünen Lebkuchen möchte ich nicht, den gebe ich direkt wieder ab und nehme mir dafür einen gelben. Dafür darf ich dann dieses Wesen hier aus der offenenliegenden Reihe direkt zu mir holen. Ihr wisst schon, welche Belohnung ich dafür bekomme, nämlich einen Joker. Den verbaue ich hier hinten rechts, hole mir also dafür dann wieder ein neues Wesen an die Pforte. Doch damit nicht genug, diesmal habe ich erstmalig eine komplette Ebene mit Plättchen gefüllt. Dafür erhalte ich eine Belohnungskarte. Im Einsteigerspiel sind das einfach Siegpunkte. Im Standardspiel ist es dann eine solche individuelle Karte. Die Schatzkiste bringt mir beispielsweise 5 Siegpunkte am Spielende, wenn ich dann 4 Stockwerke vollendet habe. Der Besen bringt mir Punkte in Abhängigkeit der Anzahl der von mir gesammelten übellaunigen Märchenwesen. Maximal kann ich mit dieser Karte dann 12 Punkte sammeln. Bei sämtlichen Belohnungen gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Erhält ein Spieler also eine Belohnungskarte, wird der leere Platz dann nicht mehr mit einer neuen Karte aufgefüllt. Diese Karte bringt mir beispielsweise 2 Punkte für jedes Märchenwesen, das einen grünen Lebkuchen bevorzugt, und es gibt auch Karten, die mir einen Direktvorteil bringen, wie der Backofen hier. Hier erhalte ich dann so viele gelbe Lebkuchen, wie gerade auf meinem Haus zu sehen sind. Welche Karte ich mir aussuche, sollte ich mir genau überlegen, denn Belohnungen erhalte ich nur für die ersten 3 vollständigen Stockwerke. 3 solcher Karten darf ich also im gesamten Spiel nur sammeln. Wenn kein Spieler mehr ein Legeplättchen besitzt, endet das Spiel. Nun bekommt jeder noch einmal Punkte für restliche Lebkuchen, für eingefangene Märchenwesen, sowie für seine individuellen Belohnungskarten, hier beispielsweise für 4 vollendete Stockwerke, die 2 Punkte für diese Sofortkarte, und für meine gesammelten übellaunigen Märchenwesen. Davon habe ich hier beispielsweise 4 eingefangen, das heißt, ich bekomme hier noch einmal 9 Punkte, sämtliche Punkte werden auf dem Wertungsblatt notiert, und der Spieler mit den meisten Punkten ist dann der Sieger.